Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen Markus. So und bevor du mich jetzt fragst, was mir durch den Kopf geht, möchte ich mal wieder wissen, was dir durch den Kopf geht. Tatsächlich im Moment viel Richard. Ich glaube, ich habe dir das nicht erzählt. Ich war in der Ukraine noch einmal, nur für ein paar Stunden in der Westukraine und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das selten, aber ich habe seitdem Bilder, die auch nachts so durch meinen Kopf wandern und wabern und die gehen da irgendwie nicht mehr raus. Ich sehe die ganze Zeit diese Gesichter. Ich sehe diese ausgemerkelten Körper. Ich sehe dieses ganze Setting, diese Umgebung. Ich sehe Bilder in schwarz-weiß von Menschen, die mich an Szenen und Situationen erinnern, die wir mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Ersten Weltkrieg sogar verbinden. Ich war, um es kurz zu sagen, in der Westukraine irgendwo, Ort ist geheim und an dem Punkt jetzt auch egal, in einem riesen Gefängnis, in dem die allermeisten russischen Kriegsgefangenen untergebracht sind. Die Ukraine bringt die dort unter. Also das Größte von vielen Kriegsgefangenen-Gefängnissen? Nicht viele. Ich glaube, es gibt dieses eine sehr, sehr große und dann gibt es bestimmt noch ein paar kleinere mit Sicherheit und dann gibt es bestimmt auch noch Orte, an denen besonders schlimme Kriegsverbrecher untergebracht werden. Und es gibt gemischte Gefängnisse. Es gibt Gefängnisse, wo normale Kriminelle oder Schwerverbrecher zusammen mit Kriegsgefangenen sind. Das kann ich mir vorstellen, weil das Thema immer größer wird in der Ukraine mit dem Fortgang dieses Krieges. Das hat auch damit zu tun und deswegen kamen wir auch darauf, die Russen tauschen seit Monaten keine Gefangenen mehr aus. Und da gibt es eine riesige Verzweiflung in der Ukraine. Ich glaube, im September war es. Da haben wir in Kiew in einem besonderen Department des Verteidigungsministeriums gedreht. Und dort mit dem zuständigen Verantwortlichen zunächst mal gesprochen. Petro heißt der. Ein interessanter Mann, weil da steht jemand in Uniform vor dir und du erwartest sozusagen jetzt einen Militär. Und dann merkst du plötzlich so, wie der formuliert, wie der ist. Das ist eigentlich kein Militär. Und du erlebst dann das, was du bei Besuchen in der Ukraine so häufig erlebst. Du siehst Menschen in Uniformen und merkst plötzlich, ach so, warte mal, die sind ja in diesen Krieg hineingezwungen worden. Aber da war natürlich vorher ein ganz anderes Leben. Es sind alles keine Berufssoldaten. Die haben vorher ganz andere Dinge getan. Petro war Schriftsteller, ein prämierter Buchautor, ein Feingeist, wenn du so willst, der jetzt die sehr, sehr schwere Aufgabe hat, mehrere Dinge zu tun. Das eine ist, er muss versuchen, diesen ab und zu mal einen Gefangenenaustausch zu organisieren. Die tun sich wahnsinnig schwer, Informationen darüber zu kriegen, wo ihre Leute sind. Die versuchen teilweise auch russische Kriegsgefangene gegen tote Ukrainer einzutauschen. Die versuchen einfach nur eine gesicherte Information zu kriegen, ob der Mann, Männer sind es ja meistens, überhaupt noch am Leben ist oder was irgendwie aus ihm geworden ist. Man erfahren auch das meistens nicht. Und dann gibt es eine Zusammenkunft regelmäßig. Und da waren wir auch dabei, da haben wir auch gedreht. Und diese Bilder dieser Frauen, ich habe das auch mit der Kamera festgehalten und die sind auch zu sehen da in dieser Reportage. Auch das sind Gesichter, diese leeren Gesichter, diese leeren Blicke, die dir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da sitzen diese Frauen, die alle die große Frage im Kopf haben, was ist aus meinem Mann, aus meinem Bruder, aus meinem Lebensgefährten, aus dem Vater meiner Kinder geworden. Die treffen sich dann da und Petro sagte mir, und das siehst du auch im Film, die Szene, hat gesagt, weißt du, wir geben den Leuten dann zum Teil den Frauen eine DNA-Probe und sagen, pass auf, wir haben einen DNA-Test. Wir wissen, dein Mann ist tot. Und dann sitzt sie da und sagt, können wir das bitte nochmal machen? Könnt ihr nochmal? Ich will ganz sicher sein. Das heißt mit anderen Worten, sie wollen es nicht glauben. Und natürlich gibt es beim zweiten und beim dritten Mal auch kein anderes Ergebnis. Das ist sehr traurig und die wissen, dass ihre Männer, die kommen zum Teil in schlimmster Verfassung aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück, wenn sie denn überhaupt zurückkommen, irgendwo hinterm Ural, irgendwo nach Sibirien verschleppt und so weiter. Und die kommen zum Teil zurück als halbe Skelette mit 40, 45, 50 Kilo, mit schwersten Folterspuren und so weiter. Die werden systematisch geschlagen und gefoltert und misshandelt und so weiter. Es werden schlimme Dinge gemacht. Den Russen ist das so ziemlich egal. Und es gibt diesen russischen Journalisten, Arkady Babchenko, der in dem Zusammenhang mal gesagt hat, nachdem er selber an der Front gewesen war, eins ist ganz sicher, deine Heimat, Russland, wird dich immer im Stich lassen, mein Sohn, immer. Und genau das ist das Gefühl, das viele Russen auch dort haben. Und das ist auch das Gefühl, das die Ukrainer haben und die müssen jetzt irgendwie versuchen, diesen Gefangenenaustausch zu organisieren. Und das ist der Grund, deswegen hole ich auch soweit aus, warum die mittlerweile regelmäßig internationale Journalistenteams in dieses große Kriegsgefangenenlager, das eigentlich ein Gefängnis ist, ein richtig harter Knast, reinlassen. Wie viele Kriegsgefangene sind in diesem Gefängnis? Das ist auch interessant. Das ist die einzige Frage, die du nicht stellen darfst. Du kriegst keine Antwort darauf. Aber ich habe die Männer gesehen, ich habe die auch fotografiert. Allein die, die wir gesehen haben, das waren, also ich schätze, Tausende. Und mir wurde das klar in der Situation, in der Kantine. Du musst dir vorstellen, du gehst in dieses Gefängnis rein, du wirst an einen Ort gebracht, irgendwo in der Westukraine. Lviv ist nicht ganz weit weg davon, um es mal so ein bisschen geografisch einzuordnen. Und dann bringen die da ab und zu Journalisten da rein. Ich kannte die Geschichte, weil auch ein Spiegel-TV-Team dort schon mal war und so weiter. Das Handelsblatt, meine ich, ich hätte mal darüber berichtet und die NZZ. Richtig, genau. Und eine große Reportage gemacht. Und jetzt mal das Motiv. Also die Ukraine zeigt dieses kriegsgefangenen Gefängnis ausgewählten westlichen Journalisten. Warum tut man das? Der Grund ist einfach und in Wahrheit verstößt das auch ein bisschen gegen die Genfer Konvention. Artikel 13, ne? Ja, Kriegsgefangene. Über die Behandlung von Kriegsgefangenen. Richtig, sollten auch nicht sozusagen öffentlichen Neugierpreis gegeben werden. Genau so ist die Formulierung. Und das kann man auch durchaus so sehen. Es ist völlig klar, wir werden da als Journalisten, werden wir da zum Teil des Spiels, der Propaganda, wenn du so willst. Das ist gar keine Frage und da sollte man auch nicht drum herum reden. Das muss man sich klar machen. Ich verstehe trotzdem die Motivation der Ukraine. Die Ukraine sagt, wir müssen irgendwie Druck aufbauen. Wir müssen Öffentlichkeit herstellen. Wir müssen irgendwie versuchen, da wieder Bewegung reinzukriegen. Damit der Gefangenenaustausch wieder aufgenommen wird. Das ist das Motiv. Genau, das ist das Motiv. Und das Zweite ist, was du dann natürlich auch verstehst. Man könnte sagen, gut, wenn man kontrollieren will, ob es denen gut geht. Gut ist ein großes Wort in dem Zusammenhang. Aber ob die Leute einigermaßen gut versorgt sind, mit Essen, mit medizinischer Versorgung und so weiter, dann kann man das ja auch, man kann das Amnesty machen lassen, man kann das andere Staaten machen lassen, man kann das Staatsanwälte machen lassen, man kann das die UN machen lassen und so weiter. Aber es ist natürlich schon, auch für die Ukraine baut sich da auch ein Druck auf. Du kannst dich nicht trauen, internationale Presse in einem Kriegsgefangenenlager zu lassen, wenn du die Leute nicht einigermaßen vernünftig behandelst. Und es ist interessant, weil du dann anfängst, über die Begrifflichkeit nachzudenken. Wir hören Kriegsgefangene. Eigentlich ist der Begriff Kriegsgefangene völlig irreführend an dem Punkt. Das sind Leute, die sind ein Pfand. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Weil wenn du ein Gefangener bist, wenn du ein verurteilter Mörder bist. Ja, da wirst du nicht ausgetauscht. Vor allen Dingen, du hast dann eine Uhr. Vom ersten Tag an tickt die Uhr. Egal wie lange es dauert, aber morgen ist schon wieder ein Tag weniger. Das ist die Hoffnung der Strohhalmen, an denen die sich klammern. Und dieser entscheidende, wie ich finde, wirklich psychologisch unendlich wichtige, wertvolle Strohhalm, den haben die nicht. Das heißt, auf die Kriegsgefangenen wartet kein Prozess. Also auf die Kriegsverbrecher definitiv. Aber auf die normalen gefangenen Soldaten wartet kein Prozess. Ihr gebt uns Leute. Und das kannst du ja auch in Israel gerade wieder sehen. Hamas und so weiter. Und dann, wie kriegen wir unsere Geißeln da raus? Und was müssen wir denen dann im Gegenzug geben? Und da werden teils echt. Das sind schwierige Entscheidungen. Weil du genau weißt, wen du dann da freilässt. Jetzt sagst du, dass die Russen seit einiger Zeit, halbes Jahr oder was hast du gesagt, keinen Kriegsgefangenen oder einige Monate, jetzt keinen Kriegsgefangenenaustausch mehr machen. Was glaubst du ist der Grund? Ist der Grund, dass man aus russischer Perspektive denkt, dass man die Moral in der Ukraine damit schmälert, wenn die Gefangenen nicht zurückkommen? Also die Verzweiflung wächst, wogegen man umgekehrt offensichtlich ja keine Angst davor hat, dass das gleiche in Russland passiert. Genau. Da haben die wenig Skrupel. Wenn du die Leute siehst, dann verstehst du auch warum. Aber natürlich ist das der Grund, diese ukrainische Gesellschaft zu destabilisieren. Das sagt Petro auch in diesem Gespräch. Man will die Moral der Ukraine einfach brechen. Und die brechen sie damit auch. Es ist wirklich traurig und tragisch, das mit anzusehen, wie verzweifelt die Leute sind. Und es ist umgekehrt auch. Und da merkst du dann, wie schnell du in diesem ganzen Spinnennetz aus Lügen und aus Manipulationen, wie schnell du da drin bist. Von außen sieht das so aus, okay, die Sache ist sehr klar. Da gibt es dieses Gefängnis, ich habe ein düsteres Foto gemacht, als ich da raus bin. Da siehst du in diesem Halbdunkel, das ist schon fast Nacht, und diese alten sowjet-straßenlaternen, postsozialistischen Straßenlaternen leuchten da so vor sich hin. Und im Lichtschein einer dieser Laternen steht so ein alter weißer Lader. Und dahinter baut sich dieses Gefängnis auf, diese weiße Mauer, zum Teil so halb verrottet. Das erinnert da ein bisschen an das, was du in Kuba auch siehst. Ja, sowas morbides. Morbides, ja. Ja, wirklich morbide. Und dann geht der eine Gefängniswärter, packt seine Tasche und geht nach Hause und läuft über diese einsame Straße da vorbei, einfach so ins Nichts und verschwindet in der Dunkelheit. Und man kriegt das, und deswegen geht mir das auch so schwer aus dem Kopf, du kriegst das nicht zusammen, dass das Europa 2023 sein soll. Letzten Endes wenige Autostunden von Polen, von Krakau, von Warschau entfernt und so weiter. Und trotzdem ist es eine völlig andere Welt. Es ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Und du gehst von außen da rein und viele Sicherheitsschleusen, viele Auflagen und so weiter. Oder vor allen Dingen die Auflage, wenn Leute nicht mit euch reden wollen, dann respektiert das. Dann redet auch nicht mit ihnen, macht keine Interviews, fotografiert sie auch nicht und so weiter. Und natürlich haben wir uns daran gehalten. Wie war denn das? Gab es mehr Leute, die mit euch reden wollten oder welche, die sogar ein richtiges Redebedürfnis hatten? Oder wollte die große Mehrheit mit euch nicht reden? Das war interessant. Und deswegen meine ich, du bist dann ganz schnell, also von außen ist die Sache eigentlich relativ klar. Du triffst jetzt diese Leute und dann bist du plötzlich dringend mittendrin in diesem Spinnennetz aus Lügen, aus Manipulation, aus Halbwahrheiten, aus Dreiviertelwahrheiten. Also die haben ja auch ihres als das Problem. Denn die Ukrainer sagen denen, pass auf, wann du nach Hause kommst, nach Sibirien, kann ich dir nicht sagen, weil deine Russen tauschen niemanden aus. Stimmt das, was der ukrainische Beauftragte denen erzählt oder stimmt das nicht? Ist das Propaganda? Ist das eine Lüge? Was sollen diese Leute glauben? Ich glaube, die glauben gar nichts mehr, oder? Und diese Unsicherheit macht dich fertig und dann kommst du rein auch in diese Welt, die eine wirklich harte Welt ist und du verstehst eine Sache sofort. Es geht darin mehr als um alles andere, geht es um Demütigung. Es geht um Demütigung. Und das siehst du an der Körperhaltung, an der Körpersprache. Du siehst diese Männer, diesen dunklen Anzügen mit diesen kurz geschorenen Haaren. Die haben so dunkelblaue Kluft an. Ja, ja. Wirklich so, wie du dir das vorstellst. Und dann so schwarze Mützen auf. Es war kalt, kalt, nass, feucht. Und dann der Kopf prinzipiell gesenkt, die Arme auf dem Rücken. Es geht um Demütigung. Also das ist die Haltung, die die darin annehmen müssen? Ja, also ich glaube, es wird dann sehr schnell vermittelt, dass das genauso erwünscht ist. Also wenn jemand körpersprachlich zu dominant auftritt, dann muss er mit allem recht. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gut für ihn. Ja, genau. Und das andere ist dann, viele psychologische kleine Tricks. Dann kommst du rein, dann stehst du in so einer Flucht. Links und rechts hohe Mauern, Stacheldraht und so weiter. Und dann stehen die da. Und links auf der Wand hast du Bilder von ukrainischer Geschichte. Rechts an der Wand hast du Bilder von großen ukrainischen Sportlern beispielsweise. Da hängen auch die beiden Klitschkos. Da hängen Vitali und Wladimir Klitschko mit Box-Weltmeisterschaftsgürteln. Also als Poster. Ja, als Fotos, als große Fotos. Und zwar immer, um denen zu sagen, Freunde, pass mal auf. Nur für den Fall, dass ihr es nicht klar habt, die Ukraine ist ein großes Land. Nicht nur euer Russland. Wir haben eine große, eine eigene Geschichte. Und das hier ist unsere Geschichte. Und wir haben, ähnlich wie ihr, große Sportler, große Künstler, große Sänger und so weiter. Und das sind diese Leute. Schaut sie euch genau an. Bis hin zu dem Punkt, dem die dann gehen, die in so geschlossenen Reihen. Alles, alles, alles wirklich im Stechschritt gehen die dann rein in diesen Essensraum. Und dann wird wortlos, wird sich erst die Hände gewaschen. Dann ran, Essen, fürchterliches Essen. Wird von den Leuten dort selber gekocht. Man kann das essen. Und mir wurde immer wieder auch gesagt, glaub mir, das ist für einen einfachen Russen ein fantastisches Essen. Konnte mir das nicht vorstellen. Völlig verkochte Nudeln und so weiter. Ein bisschen Borsch gab es. So eine kleine Bulette, eine kleine Fleischanlage. Und du saßt wirklich für diese Leute dieses trockene Brot und dieses bisschen Pasta und Fleisch. Und Borsch, die haben das regelrecht verschlungen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und dann sitzt man ruhig an diesen Tischen. Und dann werden die Tische wieder rausgerufen. Einer nach dem anderen. Dann stehen die auf, wortlos. Und dann kommt so ein Reim, in dem sie sich bei der Ukraine für das gute Essen bedanken müssen. Das wird dann ausgerufen. Und dann geht es wieder zurück. Und immer in dieser Haltung, ja, Kopf nach unten, Hände auf den Rücken. Also da geht es wirklich, das verstehst du auch ganz, ganz schnell. Es geht darum, den Leuten klarzumachen, pass auf, hier habt ihr nichts mehr zu sagen. Und dann machst du diese Gespräche. Du triffst die Leute dann in irgendwelchen Werkstätten zum Teil. Ja, die einen haben da einen großen Stil Gartenmöbel hergestellt. Das war ein Bild. Ich habe Fotos davon gemacht. Dann ein Bild wie Alcatraz. So stelle ich mir Alcatraz vor. In wirklich finsteren Zeiten. In schwarz-weiß wirkt das nochmal düsterer. Die Sonne kam so rein. Und hunderte von diesen Männern da drin, die Gartenstühle, so Ratternstühle zusammenschrauben. Und an einem anderen Ort haben sie dann irgendwelche Kuverts gebastelt und so weiter. Das sah irgendwie auch so absurd aus. Da sitzen Typen, erkennbar gezeichnet vom Leben, von oben bis unten tätowiert, ausgemergelte Gesichter und falten dann so kleine süße Kuverts. Das kontrastiert so hart. Das kriegst du gar nicht zusammen. Und dann sprichst du die auch an. Und erstaunlich viele wollen reden, weil auch die ein Interesse daran haben, Öffentlichkeit herzustellen. Die hoffen, wenn sie irgendwie stattfinden und auch unser Film wird seinen Weg finden über YouTube und so weiter. Soweit ich weiß, ist YouTube auch bis heute in Russland auch zugänglich. Trauen die sich nicht, das einfach abzuschalten, weil dann nimmt man den Leuten sozusagen Freizeitbeschäftigung. Und dann sozusagen das Signal an die Angehörigen zu Hause, pass auf, uns gibt es noch. Und so sehe ich gerade aus. Und wenn du jetzt mit ihnen redest, dann ist ein Übersetzer natürlich dabei, das ist klar. Genau. Wie viel Wachpersonal oder von der Gefängnisleitung oder so sind dabei? Keiner. Du wirst mit denen alleine gelassen? Ja, also du musst dir das vorstellen, das sind große Räume. Da müssen ja Wärter sein, die Aufruhr verhindern und so. Nee, das ist nicht die Stimmung da. Das ist nicht die Stimmung da. Nee, du spürst auch diesen Chorgeist. Du merkst auch diese Ablehnung, die dir so zum Teil entgegengebracht wird. Also die verstehen ganz genau, dass sie hier jetzt auch benutzt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder den, der bereit ist, dann zu reden. Und es gibt auch welche, die melden sich auch und sagen, pass auf, ich würde gerne mit dir sprechen. Und dann gibt es, ist sehr interessant, je nach Situation erfährst du natürlich eine völlig andere Wahrheit. Und wenn du mitten in diesem Trubel, ja, zwischen den Ratternstühlen, die dann nebenbei zusammengeklöppelt werden, wenn du da anfängst, jemanden zu interviewen, dann hörst du, also du kannst sie alle hundert abklappern, hörst du immer die gleiche Geschichte. Hast du Zivilisten umgebracht? Nein, natürlich nicht. Hast du tote Zivilisten überhaupt gesehen? Nein, natürlich nicht. Was hast du denn dort gemacht? Naja, also ich habe eigentlich im Wesentlichen ein bisschen Gräben ausgehoben. Also eigentlich hatten die alle nur eine Schaufel in der Hand und nie eine Knarre. Ja, also keiner von denen hat irgendwas Schlimmes verbrochen. Das erzählen sie dir dann so, wenn du sie dann alleine sprichst. Und wir hatten die Gelegenheit dazu mit zwei Männern. Der eine war die klassische Geschichte, die ja in Russland so häufig in diesem Krieg passiert ist. Ein Mann aus dem hinteren Sibirien, ich glaube in der Nähe von Vladivostok sogar, der sagte, naja gut, er hatte da diesen Abend und es wurde sehr viel getrunken und ich nehme an, es war Wodka und sein Freund war da auch dabei und dann hat man sich erst sehr nett unterhalten und dann ein bisschen weniger nett und irgendwann gar nicht mehr nett und irgendwann war da eine tot und dann einfach umgebracht. Sie sind in den Streit geraten und hat ihn einfach umgelegt. Das hat er auch so erzählt und sagte, ja... Den eigenen Kameraden? Nein, es war nicht im Krieg, vor dem Krieg. Achso. Ja, zu Hause. Dann saß der fünf Jahre im sibirischen Gefängnis und dann kam dieses unwiderstehliche Angebot. Du gehst für sechs Monate an die Front und dann bist du frei. Und natürlich nimmt er das an, weil er sagt, erstens verdiene ich dort einen Haufen Geld für meine Verhältnisse, einen Riesenhaufen Geld und das Zweite ist, die restlichen zehn Jahre sitze ich hier nicht mehr in diesem grauenvollen Knast. Russische Knäste sind wirklich hart. So und dann hat er sich gemeldet und der sagt, ich bin unglaublich enttäuscht von meinem Land, die haben uns hier, die haben uns total verarscht, die Propaganda ist allumfänglich, die Propaganda funktioniert so, die sagen denen, pass auf, da gibt es in der Ostukraine arme Russen und die werden von bösen Ukrainern angegriffen und ihr müsst ihnen helfen. Und genau so haben sie sich damals ja auch nach Afghanistan gelockt und genau so machen sie es einfach immer. Und ich musste so sehr an den einen KGB-Mann aus Kisina, aus Moldawien denken, der mir damals im März, wenn du dich erinnerst, gesagt hat, weißt du, russische Propaganda ist unvorstellbar primitiv, aber sie funktioniert wie eine Eins. Und das verfängt bei den Leuten, das hat funktioniert. Und danach lässt das System die Leute einfach feilen, das ist völlig egal. Du gehst rein morgens und du wirst auch so darauf vorbereitet, man überlegt sich ja auch durch die Dreharbeiten vorher, du fragst dich immer wieder, woher kommt diese unvorstellbare russische Gewaltbereitschaft, diese strukturelle russische Gewalt. Und du gehst dann da rein und du weißt, gleich triffst du diese Leute. Und dann hörst du Leute links und rechts sagen, pass auf, das sind wirklich Schweine. Und dann gehst du abends raus und denkst, ja, das sind wirklich arme Schweine. Genau, das ist das, was du denkst. Und du merkst, wie sich die Perspektive auf diese Leute innerhalb weniger Stunden völlig verschiebt. Und das ist ehrlich gesagt, und deswegen wollte ich mit dir darüber reden, Richard, das ist eigentlich das, was mich seitdem am meisten beschäftigt. Weißt du, das Böse ist ganz trivial. Das sind ganz normale Menschen, ganz normale Männer. Christopher Browning, du erinnerst dich, das Hamburger Polizeibataillon, das Frauen und Kinder zu Hause und dann in Polen die schlimmsten Dinge anrichten. Damals im Zweiten Weltkrieg, das berühmte Buch. Und die große Frage ist, woher kommt das? Die Antwort ist Ideologie. Also die Macht von Ideologie. Das ist aber die eine Antwort. Die eine Antwort ist natürlich, die Leute zu verführen und ihnen eine passende Geschichte aufzutischen, die sie glauben. Aber das Zweite ist Konformität. Und das ist ja auch das, was in der Geschichte von Christopher Browning so ein deutlicher Moral war. Du willst Teil der Gruppe sein. Du bist Teil der Gruppe. Befehl ist Befehl. Das, was du tust, gilt von den Offiziellen als ordentlich, als richtig, als das soll man tun. Das ist gut. Und wenn es die abscheulichsten Verbrechen sind, wenn es für deine Vorgesetzten in Ordnung ist, wenn es für deine Kameraden in Ordnung ist, dann neigen ganz, ganz viele Menschen dazu, das in Ordnung zu finden. Das ist das Harald Welzer, der das ja auch ausführlich untersucht hat. Ja, Sönke Neitz auch, ne? Ja, Sönke Neitz und Harald Welzer haben dieses ergreifende Buch Soldaten geschrieben. Hast du das mal gelesen? Ich habe das nicht nur gelesen, das steht ja sogar 80 Zentimeter von mir entfernt, gerade im Regal, weil ich gerade auf diese Höhe meiner Bücher gucke. Das kann man kaum lesen, so gruselig ist das. Das beruht also auf Abhörprotokollen von kriegsgefangenen Wehrmachtssoldaten, die in der Kriegsgefangenschaft abgehört wurden, das aber nicht wussten und die sich da so mit größter Selbstverständlichkeit dem brutalsten Taten rühmen und da so alltäglich drüber reden und drüber lachen. Keine Reue, kein Schuldbewusstsein und nichts. Und dieses Buch zeigt halt, wie Menschen im Krieg verrohen. Und zwar einerseits, wie du hier richtig sagst, durch Ideologie. Viele waren Rassisten. Aber selbst diejenigen, die keine Nazis waren oder keine Rassisten waren, haben ja auch fürchterliche Verbrechen getan. Manche waren ja auch nur ganz normale Zyniker. Und ganz viele sind durch die Kriegssituation zu Zynikern, Verbrechern und amoralischen Menschen geworden. Und in der Kriegssituation selber war das, was sie taten, ja in Ordnung. Das war ja sozusagen vorgeschrieben. So sollte man ja sein. Der deutsche Soldat sollte ja diese ganzen kriegerischen Handlungen und diese ganzen Verbrechen und alles das begehen. Und wenn es in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung. Und das war das, was sich in den Köpfen dieser Menschen festgesetzt hat. Und das ist das, worüber wir heute unsere Köpfe schütteln und uns überhaupt nicht vorstellen können, wie ganz normale Menschen in Kriegssituationen zu völlig amoralischen Menschen. Ja, und Harald Welser, der ja sagt, Menschen sind seiner festen Überzeugung nach grundsätzlich zu absolut allem fähig. Man denkt immer, nein, glaube ich im Leben nicht, glaube ich nicht. Ja, aber wir können uns die Situationen eben nicht vorstellen. Richtig. Nicht unter komfortablen Lebenssituationen. Ja, aber in Extremsituationen. Ja, das ist ja, das ist dieser Mechanismus des Krieges. Es gibt da ja auch viele Untersuchungen dazu. Einen Menschen zu töten, fällt den allermeisten Menschen Gott sei Dank schwer. Ja, das ist rein biologisch schon schwer. Es gibt die ventromediale Region des Schläfenlappens. Das ist sowas wie die Zentrale unserer Moralverarbeitung, wo unsere Entscheidungen getroffen werden im Gehirn. Und da gibt es sowas wie eine sinnlich-affektive Tötungshemmung. Es fällt Menschen schwer, andere Menschen zu töten. Und je unmittelbarer, umso mehr. Also jemanden zu erwürgen, ist hundertmal schwieriger, als auf den Knopf zu drücken und jemand ist weg. Und Erschießen macht die Sache auch schon leichter. Je abstrakter das Töten mit einer Drohne, Das fällt vielen Menschen nicht schwer. Aber jemanden zu erschlechen oder zu erwürgen oder sowas, fällt den meisten Menschen schwer. Aber, und das ist das Grausige, beim ersten Mal. Exakt. Wenn man das hundertmal gemacht hat, dann ist das nicht mehr wie beim ersten Mal. Man setzt dieser fürchterliche, abscheuliche Verrohungsmechanismus ein. Und im Krieg, wenn man weiß, der andere bringt dich auch um, fühlst du dich ja auch moralisch legitimiert. Es muss irgendwann gar nicht mehr um dein Vaterland gehen oder sowas. Es geht einfach auch darum, entweder der oder ich. Und dann kommt diese acharische Moral, die an die Stelle all deiner feinen und sensiblen Moralempfindungen drin. Ja, ist richtig. Ich meine, weil du das Buch gerade zitierst, Soldatenprotokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, heißt das, glaube ich, in ganzer Länge. 150.000 Seiten lagen da am Ende vor, von Briten und Amerikanern in speziellen Anrichtungen. An Abhörprotokollen. An Abhörprotokollen, genau. Und ich fand es interessant. Mir war das, ich hatte immer wieder, weil Sönke Neitzel ist regelmäßig bei uns zu Gast, jetzt gerade auch im Kontext des Ukraine-Krieges, Militärexperte, Militärhistoriker. Genau, der zufällig auf diesen Fund gestoßen ist. Der saß, glaube ich, im Lesesaal des Nationalarchivs in London und hat dann plötzlich gesehen, ach, da gibt es nicht nur die offiziellen Verhörprotokolle, sondern gibt es eben diese heimlich aufgenommenen Mitschnitte. Und da hast du dann vom Oberleutnant bis hin zum einfachen Gefreiten alles drin. Und es gibt da so ein paar Zitate, wo zum Beispiel so ein Oberleutnant der Luftwaffe am 17. Juli 1940 sagt, es ist mir ein Bedürfnis geworden, überleg dir das mal, Bomben zu werfen. Das prickelt einem ordentlich. Das ist ein feines Gefühl. Das ist ebenso schön, wie einen abzuschießen. Das sagt ein Mensch, der wahrscheinlich in Deutschland ein ganz normales bürgerliches Leben gelebt hat und der das war, was man einen anständigen Deutschen nannte. Ich hatte das Gefühl, auch in den Gesprächen mit diesen Männern, wenn du einmal über diese Grenze gegangen bist, gibt es kein Zurück mehr. Du bist so eine verlorene Seele. Ja, und du willst auch über diese Grenze nicht mehr zurück. Und der zweite Teil, den du dann immer mitdenken musst, ist, diese Leute kommen irgendwann wieder in eine ganz normale Zivilgesellschaft zurück. Ja. Wen lässt du da auf die Zivilgesellschaft los? Weil diese Leute wollen im Kopf nicht mehr zurück. Und es gibt da ein anderes Protokoll, wo einer sagt, am ersten Tag... Die können im Kopf nicht mehr zurück. Markus, da ist eine Taste eingerastet. Die kannst du nicht wieder lösen. Ja, das ist eine bessere Formulierung. Ja. Es gibt einen Satz, auch aus diesen Protokollen, wo einer sagt, am ersten Tag ist es mir furchtbar vorgekommen. Da habe ich gesagt, scheiße, Befehl ist Befehl. Am zweiten und dritten Tag habe ich gesagt, ist ja scheißegal. Und am vierten Tag hatte ich meine Freude daran. Ja, das ist irre. Oder der eine, der ein Jagdflieger, Jagdflieger Fischer. In Folkstorn haben wir einmal den Bahnhof angegriffen. Gerade einen großen Personenzug am Ausfahren. Und zack, die Bombe rein in den Zug. Junge, Junge. Und danach, in Klammern, schallendes Gelächter. Unvorstellbar. Ja. Ja, ich... Trotzdem nochmal die Frage, Richard, also auch aus philosophischer Sicht, jemand, der sich auch so viel mit Sozialpsychologie beschäftigt wie du. Ich meine, in keinem anderen Krieg der Geschichte haben, glaube ich, Menschen in einem solchen Ausmaß gemordet wie während des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Ja. Und die Frage ist trotzdem immer noch, wie waren diese Gewalttaten möglich? Warum ist dieser, ja, dieser Firnis der Zivilisation, sagt man immer, warum ist der so dünn? Ja, es ist offensichtlich so. Also das ist, all die zivilisierten und kulturellen Eigenschaften des Menschen gedeihen nur unter bestimmten Umweltbedingungen. Dass man genug zu essen hat, dass man im relativen Wohlstand lebt, dass eine funktionierende Zivilgesellschaft da ist und so weiter. Und wir machen uns das ja im Alltag eigentlich kaum bewusst zu sehen, wie schnell das wieder verschwinden kann. Also wie schnell das, was uns völlig selbstverständlich ist, Gott sei Dank ja völlig selbstverständlich ist, was unser Denken, Handeln und Fühlen bestimmt, wie schnell das eingerissen werden kann. Ich meine, überleg dir mal Jugoslawien-Krieg. Ja, wie innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit die totale Barbarei ausgebrochen ist. Nachbarn sich wechselseitig umgebracht haben. Ja, plötzlich also Bosnier gegen Serben und Serben gegen Kroaten und so weiter. Wie schnell das auf einmal ging. In einem hochzivilisierten Land, wie es Jugoslawien war. Ja, plötzlich ganz, ganz archaische Dinge passieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Warnung, dass man den Frieden nie überschätzen darf und dass man die sozialen Qualitäten einer Gesellschaft nie als selbstverständlich nehmen darf. Und vor allen Dingen auch immer mal darauf gucken muss, was man alles hat, was wirklich gut funktioniert. Wenn es so wenig dazu nur bedarf, dass alles nicht mehr funktioniert. Das ist ja interessant. Harald Welser weist ja auch in einem Gespräch darauf hin, dass es natürlich Leute gibt, die das nicht mitmachen wollen. Und sagt dann aber, das ist aber dennoch keine einfache, keine triviale Sache. Weil wenn du nicht mitmachst bei diesem Gruppenzwang, der daraus entsteht, dann resultiert daraus natürlich unmittelbar die nächste Frage. Wenn du an der Front bist und du weigerst dich, bestimmte Dinge zu tun, hilft der dir, der daneben ist noch, wenn du der Nächste bist, der verwundert in der Ecke liegt, stark blutend und darauf angewiesen ist, von dem dann Hilfe zu bekommen. Hilft der dir dann noch? Also sozusagen die Sorge um das eigene nackte Überleben führt natürlich auch dazu, dass du sagst, okay, dann bin ich aber im Sinne der Gruppe, damit die anderen mich nicht so als Störenfried wahrnehmen und so weiter. Und als einen, der absolut loyal zu ihnen steht, bin ich natürlich dann, mach alle Augen zu, aber bin dann auch bereit, bestimmte Dinge zu tun. Das ist schon sehr interessant. Oder wenn du dir zum Beispiel anschaust, Desertieren. Ich habe ein Interview von Michael Wolfson, dem Historiker gelesen, der kürzlich bei uns in der Sendung war, sehr, sehr kluger, interessanter Mann, der immer wieder sich so eine ganz eigene Perspektive auf Dinge auch leistet. Und der sagt, weißt du, Desertieren ist immer so eine Sache. Es gibt die Makroebene und es gibt die Mikroebene. Auf einer Makroebene mag es, auf der großen Ebene mag es gut sein, mag es eine gute Sache sein, zu Desertieren, wenn dein Oberbefehlfaber Adolf Hitler heißt. Genau. Aber auf einer Mikroebene mag das trotzdem falsch sein. Und das fand ich interessant, diesen Gedanken, weil er sagt, dann lässt du deine Kameraden im Stich. Exakt. Das ist das Ding. Leute, die dich möglicherweise auch brauchen. Das ist übrigens der Grund, warum viele, die in einem Krieg gar nicht hinter der Sache stehen, die also auch für die Propaganda und für die Ideologie gar nicht empfänglich sind, trotzdem bei der Fahne bleiben. Richtig. Ja, weil man vielleicht auch beste Kumpels und Freunde dabei hat und weil man auch von denen nicht im Stich gelassen werden will, wenn man sich bei der Nachtwache davon schleicht oder was auch immer. Und die Lebensgefahr bringt. Ja, das sind, das sind, das ist ja irre. Ich meine, es gab so einen Spruch in der Friedensbewegungszeit. Ja, so kennst du ja diesen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Keiner geht hin, ja, genau. Ja, und es gab auch den Spruch, die wahren Helden der Kriege sind die Deserteure. Ja, weil dahinter die Vorstellung geht, alle desertieren, gibt es keinen Krieg. Genau. Das mag auf der Makroebene die eine oder andere Berechtigung haben, über die man jetzt lange kontrovers diskutieren würde. Wolfssohn würde das sicher ganz anders sehen. Aber auf der Mikroebene ist natürlich Desertieren immer ein riesiges Problem. Richtig. Ja, und es ist das große Problem gegenüber den Kameraden. Und das macht die Sache natürlich unglaublich schwierig. Betrachte ich den Menschen als diesen einzelnen Fall, betrachte ich ihn als Teil einer Armee. Ja, man freut sich über jeden Soldaten, der aus Putins Armee desertiert. Ja, wenn er aus der Ukraine desertiert, sehen wir das schon wieder mit anderen Augen. Richtig. Weil die Frage ist, auf welcher Seite man dann steht. Aber das individuelle Schicksal, das nähert die beiden Soldaten wieder enorm aneinander an. Beide wollen nicht ihr Leben in diesem Krieg verlieren. Und da sind sie sich auf einmal völlig gleich, ganz egal, für welche Armee sie kämpfen. Ja, es ist auch, wenn man mal zurückschaut, erinnerst du dich an den Fall Bo Bergdahl? Das ist eine Geschichte, die 2014 spielt. Der letzte US-Soldat, der aus der Taliban-Gefangenschaft befreit wurde. Barack Obama ist Präsident. Und der zeigt, wie kurz der Weg sozusagen vom Helden zum Verräter sein kann. Obama sagt, wir haben den da jetzt rausgeholt. Das ist eine große Freude. Die ganze Nation teilt diese Freude und so weiter. Und dann kommt wenig später raus, der war desertiert. Der war jemand, der abwesend war. Absent without leave sozusagen. Der war weg. Und dann schlägt die Freude über die Befreiung dieses jungen Mannes komplett um. Ja, in Hass und so weiter. Am schärfsten natürlich bei den harten Rechten in Amerika und so weiter. Und Donald Trump nennt ihn dann einen dreckigen, dreckigen, miesen Verräter. Ja, und dieser Bergdahl hat hinterher erzählt, er ist nach Afghanistan gegangen, weil er Jason Bourne sein wollte. So ein richtiger Draufgänger. Und die triffst du da übrigens auch. Ja, die habe ich dort auch getroffen. Männer, das siehst du denen auch an. Und wenn du dann merkst, wie sie mit dir reden, das sind einfach so Draufgänger. Die haben wenig zu verlieren und die wollten jetzt mal wirklich was erleben. Die haben auch, glaube ich, vorher zum Teil schon schlimme Dinge getan, aber viele halt eben auch nicht. Nur das ist sehr interessant, wie dann plötzlich, ja, die große Kriegsheldengeschichte, die kippt komplett und plötzlich hast du den miesen Verräter da und alle fallen über den Heer. Er hat es dann hinterher versucht zu erklären und sagte, da gibt es ja Führungsversagen bei den Vorgesetzten und so weiter. Aber ich glaube, dann entsteht das natürlich. Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Kann sein. Du weißt ja nicht, welche Einheit er war unter welchen Bedingungen und warum er weggegangen ist. Vielleicht war es auch einfach nur Angst. Vielleicht war es auch einfach nur Angst und es ist völlig okay, in so einer Situation Angst zu haben. Ich erinnere mich an einen, den wir da gesprochen haben, der ist auch in einem Film. Das hat mich wirklich bewegt. Wir zeigen die Szene nicht, wo er am Telefon, die dürfen regelmäßig stehen dann auf so einem Flur und warten dort, dürfen regelmäßig nach Hause telefonieren. Werden auch interessanterweise von ihren russischen Familien nicht großartig in irgendeiner Form mal besucht oder so, die würden sogar das möglich machen. Die wollen aber eigentlich nur wissen, dass es denen gut geht und sagen, bleib mal, wo du bist. Die eigenen Familien sagen denen häufig, pass auf, bleib, wo du bist. In der Ukraine bist du sicherer als bei uns zu Hause. Das ist auch hart. Das erzählt viel über ein Land. Und dieser Mann, auch aus Sibirien, der war unter Umständen, die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, wirklich miese Propaganda, ein Geflecht aus Lügen und Verirrungen und Verwirrungen in diesen Krieg reingeraten. Es war ein Bauarbeiter, der wollte in die Ostukraine, in den Donbass, um dort Häuser zu bauen, weil man dort gutes Geld verdienen konnte. Kommt er an, kommt in diese russisch kontrollierten Gebiete und die nehmen ihm direkt den Pass ab und sagen, du pass auf, du kannst deine Häuser bauen und so weiter, aber erstmal müssen wir jetzt hier ein bisschen Krieg führen und so. Wir bilden euch ein wenig aus und danach geht dein Leben ganz normal weiter. Das heißt, der ist reingezwungen worden in diesen Krieg und was sie dort wirklich machen, hat man denen vorher auch nicht gesagt. Und es gehört ja bis heute zu den, finde ich, zu den verstörendsten Dingen rund um diesen Krieg. Das wird auch immer klarer. Ich habe neulich so ein langes Stück in der NZZ auch dazu gelesen, die russische Führung, die Leute rund um Putin, Putin, sein Kumpel Shoigu, der Verteidigungsminister, Gerasimov wahrscheinlich noch, der Oberstratege und so weiter. Diese Leute wussten, was sie vorhaben. Der ganze Rest wusste im Grunde nichts. Weiß man das eigentlich so genau? Ja, das weiß man mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Woher genau, kann ich das jetzt auch nicht beantworten. Ja, weil ich meine, das ist ja nicht einfach zu wissen. Also da müssen ja Leute aus dem Inner Circle erzählt haben, dass sie nicht eingeweiht gewesen sind. Ja, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, aus dem Inner Inner Circle vermutlich nicht, aber es ist erstaunlich, wie doof die Leute da gehalten wurden. Und wenn du siehst, wie es dann abgelaufen ist, verstehst du das auch. Und wenn du die Geschichte dieses Mannes hörst, dann verstehst du es auch. Er sagt, wir hatten keine Ahnung, was wir machen. Und wir waren plötzlich an der Front. Und er sagte, er hat auch das Wort benutzt, er sagt, wir waren Kanonenfutter. Wir wurden einfach in diese Schlacht geschickt und es war klar, kaum einer von euch wird zurückkommen. Und die sagen denen dann auch, pass auf, wenn ihr nicht zurückkommt, dann ist es egal, dann haben wir die Nächsten. Und dann stehen dahinter zum Teil auch diese Soldaten, diese Truppen. Noch aus Stalins Zeiten kennt man diese Methode. Wer zurückläuft, wird erschossen. Das heißt, du kannst nur nach vorne. Die erschießen notfalls auch die eigenen Leute. Das waren Methoden schon im Zweiten Weltkrieg. Ja, wenn du diesen Mann hörst, der sagt dir, pass auf, wir waren 200 Mann, wir sind da rein und elf kamen zurück. Stell dir das mal vor. Ja. 200 rein, elf kommen zurück. Das ist so, das Verhältnis da gerade auch am Anfang gewesen. Und der, der war fertig, der war, der war völlig durch mit seinem Land. Und da habe ich auch wieder gedacht, es ist unvorstellbar, wie stark Ideologie ist. Kennst du den Sozialpsychologen Solomon Esch? Ja, selbstverständlich. Er ist einer der sozusagen Pioniere der Disziplin. So, und der hat doch ein berühmtes Esch-Experiment. Genau. Kannst du das mal erzählen? Ja, da geht es darum, dass man bei Linien einschätzen soll, wie lang die sind, welche Linie länger und welche kürzer ist. Und dann wird man manipulativ beeinflusst. Aber dieses Experiment ist schon faszinierend. Ich meine, du hast oben eine Linie, die ist die Referenzlinie. Und dann hast du darunter drei weitere Linien. Eine ist zu kurz, eine ist zu lang und eine passt. Und du musst nur sagen, okay, pass auf, diese Linie passt genau auf die andere drauf. Und dann machen die das alle und sagen, ja, das passt. Und dann setzt du einen Flüsterer plötzlich dazu und machst die Leute systematisch wuschig, quasi Propaganda. Und sagst du, nee, überleg noch mal, ist die wirklich und könnte es nicht eher die? Und am Ende sagen die, ich glaube in diesem Experiment, jeder vierte oder so war in der Lage, diesen Einflüsterungen zu widerstehen. Der Rest hat aufgegeben. Genau, hat sich dann dem angepasst und gedacht, naja gut, wenn der das jetzt schon so sagt und ja und so weiter. Also man vertraut dann auf sein eigenes Urteil oder auf den eigenen Instinkt nicht. Nicht mehr, genau. Aber man denkt, es ist dann so offensichtlich und es gibt eine interessante Erklärung, die ich auch für komplett plausibel halte. Eine Begründung, die, glaube ich, der ein oder andere da auch geäußert hat und sagt, du, pass auf, ich wollte einfach mal eine Ruhe haben. Ich wollte jetzt da keinen Ärger haben. Ich wollte jetzt einfach raus aus der Nummer. Das war mir unangenehm. Aber das ist eine ganz normale menschliche Verhaltensweise, seine Ruhe haben wollen, keinen Ärger haben wollen, nicht auffallen zu wollen, nicht anecken zu wollen. Und das sind natürlich alle Fähigkeiten, die man beim Militär auch braucht. Das merkst du da auch übrigens, wenn du da bist. Das geht ganz hart mit Befehl und Gehorsam. Ja, aber das ist jede Schlagkräfte, die da nie operiert so. Du warst ja da. Du hast mir noch nie so genau erzählt, aber ich meine, du wärst beim italienischen Militär. Das, was da sozusagen dieser strukturelle Teil von Demütigung ist, was man auch immer über die russische Armee hört, diese Großväterkultur. Ja, also dann wird in den Stiefel gepisst und dann musst du aus diesem Stiefel trinken und so weiter und so fort. Leute werden zum Teil zu Tode geprügelt, also junge Rekruten und so oder müssen dann irgendwie, weiß ich, Schuhcreme auf ihr Butterbrot schmieren und dann essen und so. All solche Dinge, diese Art von Demütigung, die gibt es ja in der russischen Armee bis heute und wohlhabende Familien kaufen deswegen auch ihre Söhne vom Armeedienst einfach raus, weil sie möchten, dass sie weiter am Leben bleiben. Das ist strukturelle Gewalt. Aber dieser Begriff des Großvaters, den hast du zum Beispiel, auch wir hatten das in unserer Einheit, den gab es. Jeder wusste, wer die sogenannten Nonni, der Nonno ist der Großvater und es war völlig klar, in jeder Armee der Welt. Also vielleicht von sehr, sehr wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber das ist so was, ich meine, das hat es wahrscheinlich schon mal in Römern gegeben. Also ich glaube, das sind diese Strukturen, in denen Hierarchie verinnerlicht wird. Ja, ich, wie gesagt, in weit schwächerer Form, bin ich fest davon überzeugt, gibt es das in jeder Armee und auch wir haben das damals dort so erlebt. Und du merkst, du kommst da rein, dieses System in so eine riesige Kaserne wandert. 2.000 Leute oder so. Und du kommst da rein und die Verunsicherung ist ja unglaublich groß. Da kommt so ein einfacher Junge vom Dorf irgendwie und kommt rein in dieses System, fremde Stadt, dann rein in so ein System. Da ist der Wunsch sozusagen, nicht aufzufallen, maximal groß. Du willst nicht unangenehm auffallen, sondern du willst einfach irgendwie durchkommen, irgendwie mitschwimmen. Das ist das Gefühl. Und deswegen ist dieses System, der Nonni, dieser Großväter, dieser sadistischen Typen, das ist natürlich nicht nur Sadismus, sondern das ist schon auch genau so gewollt, weil es natürlich dazu führt, ich weiß doch, dieses Gefühl, der Typ, mit dem ich jetzt hier zu tun habe, mein Vorgesetzter, der nur noch drei Monate hat oder so, das ist dann der Nonno. Und hoffentlich erwische ich einen netten Typen. Hoffentlich ist das ein anständiger Typ. Deswegen ist es einer der Gründe, warum ich so sehr dagegen bin, Berufsarmeen zu haben. Weil, wenn du Glück hast, in einer ganz normalen, in einer Bürger-in-Uniform-Idee, ja, da kann es sein, dass der sogenannte Nonno, der jetzt gerade faul auf der versifften Decke rumliegt, das kann sein, dass der gerade ein Medizinstudium hinter sich hat, ja, das ist ein Typ, der will in Zukunft Menschen helfen. Das ist kein Sadist, den du da triffst. Aber wenn du da so Leute hast, die sonst wenig im Leben vorhatten und dann einfach als letzten Ausweg den Weg in die Armee gewählt haben, kannst du dir nie sicher sein. Es gibt auch da sehr, sehr anständige, ganz zweifelig. Gehen wir mal fest von aus. Genau, Gott sei Dank. Aber es gibt auch echt schwierige Kandidaten. Das ist der Punkt. Sag mal, wann wird denn deine Dokumentation ausgestrahlt? Am Dienstag, 22.45. Ja, ich glaube, es gibt ein eindrückliches Bild davon, was dieser Krieg mit dieser ukrainischen Zivilgesellschaft macht, aber auch, wie sehr er auf so vielen Ebenen Menschen und ihr Leben zerstörerisch ist und einfach alles kontaminiert. Und es ist einfach klar, es gibt kein danach mehr, das so ähnlich sein wird, wie das vorher. Das ist der Punkt. Nicht in den beiden nachfolgenden Jahrzehnten oder solange diese Generation noch lebt. Furchtbar. Ja, okay, ich werde es mir anschauen. Danke dir. Richard, wir hören uns nächste Woche. Ja. Mach es gut und bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. Eine Produktion von M hoch 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF. M hoch 2 und Potsdam bei OMR und Potsdam bei OMR M hoch 3 und Potsdam